So, bist du dran? Ach, hier kann ich gar nicht rum. Das ist der Granatentyp. Ja komm, hau eine ganze Salve rein jetzt. Er lebt noch, ne? Zu wenig AP. Auch für Einzelschuss zu wenig? Oh ja, Granatentyp ist weg, sehr gut. Oh, schön gut. Oh, schön хорошо. So. Mr. Barry. Ja, du brauchst sechs Punkte zum Werfen. Hm. Die sind ganz weit weg. Du hast immer noch keinen. Doch, du hast doch welche im Blick. Wollte grad sagen, oder? Ist aber eigentlich, eigentlich wird es angezeigt, dass du dir da hast. Aber du kannst noch... einen hier so vor. Einen hier so vor. Das wird schon. Oder auch nicht. Zugende. Oh, du kommst wegen der Reichweite von Granaten. Das ist schon mal sehr gut. Du auch. Oh, du auch. Sehr gut. Dann kann Barry zur Not hier durchgehen und eine Granate werfen. Das geht auch. Hoffe ich mal. Oh. Oh, der haut ab. Ey, die machen nicht wirklich irgendwas, ja? Doch, sehr gut. Oh, schieß nicht durch meine Leute. Kisten. Kisten. Okay, der ist weg. Granate ist auch nicht so schön, weil da hinten sind Zivilisten. Schhhhhh. Ich werde versuchen, dass es schwer zu sehen werden wird. Gehen. Still nicht entdeckt. Das ist alles hard to cover hier. Das ist alles hard to cover hier. Das ist alles hard to cover hier. Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Waffe. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. zielen verdammte axt ja ja wir wissen es inzwischen der schießt auf meine Dingsbums ja sehr gut mal getroffen jetzt haut ihr auch mal rein ne bitte wozu haben wir euch ausgebildet jawoll das ist gut die stehen eigentlich so richtig schön gut für eine Granate aber ist so weit weg und dann liegt er total offen das ist halt das Schlimme daran das ist zu kurz aber ich treffe nur einen die schleichen uns einfach durch den Modder muss Oma sein ja natürlich natürlich ja wir haben da draußen keine Deckung äh wen siehst du du siehst den ok das ist ganz gut probieren jawoll wir müssen den Häuptling wir müssen den Häuptling ohne dass sie ja keinen im Blick hat ja hört doch immer so angezeigt so wir kommen ja gar nicht rum irgendwie ich mach quark mit ihr ja 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 so alle bewegt vier mann leben noch ja es war shit jetzt ja ja schieß ja auch mal schießen sehr gut wenigstens ein bisschen hervorragend jawoll so versuch's nochmal jawoll 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 so wir brauchen sechs Punkte zum Werfen das ja jawoll 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 wenn ich klein war würde ich von allen entfernen jawoll jawoll ein guter Überraschung von hier jawoll 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 Ja? Jetzt gehen wir. Ich werde es nur sagen. Ich denke wirklich, dass das komplett heiß war. Nicht sogar Elke sehen wir, Omrin. Gehe! Oh, da ist ein Zivilist vor. Da ist ein Zivilist vor. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sechs Punkte für Granate. Wir haben ein Zivilist. Ich werde es nicht machen. Probier es, probier es, probier es. Okay. 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 So. Was? So. 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 J.D. Acknowledged. Oh ne, du hast doch Schussband gehabt. Oder nicht? Ah, verdammte Axt, schade. Oh, die kann ich alle neu ausbilden, ne? Ja? Hallo. Wie viel überlebt ihr denn? Das ist so krass. Das ist so krass. Warum hast du nur keinen blauen Bereich? Plötzlich keinen blauen Bereich mehr. Meine Babusia hat mir gedacht, dass ich mich hierher gehe. So. Okay, ich gehe. Das ist so spannend. Ja. Schön an den Geisel vorbeischießen. Sehr gut. Ready. Wenn ich verborgen bin, dürfte ich das eigentlich nicht auslösen. Ich muss mal kurz schnell speichern. Das ist ganz schön heikel. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier mache mit ihm. Ich habe gar keine Punkte zum Schießen oder so. Vielleicht sieht er mich einfach nicht. Mal gucken. Vielleicht könnte ihn jetzt auch mal irgendjemand da abnippeln hier. Mal gucken. Oh, jetzt geht er wieder weg. Mein Entwurf ist in unacceptablen Kondition. Du musst ihn verhindern. Der ist immer noch nicht tot. Der ist immer noch nicht tot. Ah, verdammt! Er hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Ähm. Target lockt. Ja, wir müssen gucken, dass wir den jetzt wegkriegen. Er hat mich entdeckt. Jawoll. Ach, weißt du warum? Nachladen, ich Idiot. Ich Idiot. Ja, es wäre schön. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Der schießt mir die noch weg, ey. Ich bin weg, Glovny. Aber hängig. Very Unger. Moving toward destination. Der Elite sollte jetzt einfach mal da rauf schießen. Das ist unglaublich. Der versteckt sich die ganze Zeit nur. Wir müssen sich in der Position bemerken, bevor es zu agieren. Naja, schieß. Alarm! Yes. Oh mein Gott. Ey. Jetzt müssen wir gucken, ob noch ein Trupp auf dem Weg ist. Sonst rast ich auch was. So, die kam, glaube ich, von da. Kein Trupp. Kein Trupp im Moment. Okay. Ah. Wie viel Miliz haben wir denn noch? Einen. Einen. Okay. Na gut. Ich heile wieder durch und bilde wieder welche aus. Und dann gehen wir irgendwie weiter Richtung Norden. Das war erstmal irgendwie. Das war erstmal irgendwie. Oder hier hin. 14 Mann. Ne, erst das hier, glaube ich. Ne, erst das hier. Ne, erst das hier. So. Ich habe überlegt. Ich schaue erstmal, ob ich diesen Außenposten weg bekomme. Dann habe ich einen ständigen Angreifer wenig. So werden wir das machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rüber gucken. Ja, dahin. Die Reise ist fertig. Ich bin bereit für die nächste Quest. Dann gucken wir auch mal ganz kurz über das Gebiet drüber. Ja. Was war denn das jetzt für ein... Hallo da. Honestlich, ich verstehe nicht den Punkt, dass ich nicht schlafen habe. Gehen. Meine Babusia dachte mir, ich würde nicht diesen Weg gehen. Okay. Ne, hier sind glaube ich keine Gegner. Wir gehen mit Sicherheit. Du hast es. 100% ist es immer nicht sicher, dass nicht irgendwelche rumlauern, aber... Lasst uns gehen. Kein Gehmerzen. Kein Gehmerzen. Kein Gehmerzen. 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 Ah, da kann man Messer mit verbessern. Ich gehe jetzt. Ich bin in Bewegung. Kommen wir nicht hoch. Doch, leider. Ok, hier ist nicht wirklich was. So, jetzt würde ich aber gerne ausspähen, damit ich weiß, ob ich das irgendwie verringern kann. Das Level bei 13 machen sie ganz schön viel. So, wir schicken also einen Spähtrupp los. Söldner trainieren, hier kann man keine Miliz aufbauen, ne, Gebiet aussperren. Ähm, wir nehmen mal Livewire und... Ich überlege gerade, Livewire und... wie lange dauert denn das? 22 Stunden. Starten. Ich habe initiiertes Arbeit an dieser Tatsache. So, alles einmal haben wir eigentlich... Ja, müssen wir mal kurz warten. So, ich habe die Verträge auch gerade erst verlängert, ne, und jetzt kriege ich schön jeden Tag 5000 Ocken durch die Mine. Warte mal, entdecke Infos über Ereignisse in der Nähe. Ein Mitglied der Mercs, wo du beobachten, wie er mit dem örtlichen Schamanen im Flüchtlingslager E9 sprach. Wo ist ein E9? Ach da. Führe Späheroperationen aus oder erforsche Sektoren in der Taktikansicht, um Infos zu erhalten. Da haben wir jetzt nicht viel... rausbekommen. Da haben wir denn hier acht Mann. Da ist ein Hafen. Ich glaube, wir sichern uns mal den Hafen. Und dann gehen wir hier die Truppe machen, glaube ich. Ready and available. As always. Mal gucken, was wir hier haben. Kräuter. Ja, Kräuter. Sehr gut. We move. As you wish. Daglovni. We move. Was haben wir hier? Oh. Beschädigter Saphir. Ich heb die mal auf. Vielleicht kriegen wir dafür auch irgendwelche Special Aufgaben. Mit den Diamanten, das geht ja auch teilweise besser. Im Gras sind schlammige Fußspuren. Jemand hat gestern Abend Gras ins Camp Savanne getragen. Vielleicht könnte man ihn auflagern. Auflauern. Camp Savanne. Camp Savanne. Was heißt ihm auflauern? Wie würde man das machen? Kräuter, 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 Kräuter. Da muss ich mal testen. Vielleicht müssen wir einfach Zeit vergehen lassen in der Kartenansicht. Auflauern. Auflauern. So bossy. Ja? Vielleicht könnte man ihn nächstes Mal hier auflauern. Ich lege mal einen Weicherstand an und teste das mal. Währenddem wir hier... Wir schicken einfach nochmal einen Trupp los. Ähm. In der Zeit. Gebiet ausspäen. 11 Stunden ist okay. Diese Aufgabe wird nicht ein Problem für mich. Und ich werde erinnert, es zu tun. Jeden Abend nutzen Legionssoldaten den Brunnen im Sektor Savanne G6. Ablenkungsmanöver in den Sektoren Savanne. Eine Gruppe von Legionssoldaten lungert im Sektor Verlassens Anwesen. Wenn ich die mache, schwächt das das dort. Bis 11 Uhr. Das heißt, wir gucken einfach. Mal gucken, was passiert. Okay, Boss. Wir sind in der Welle. Nein, Boss. Wir werden nichts verbringern. Ja, Boss. Wir werden nur Wasser verbringern und zurückkommen. Äh. Okay. Ja. Einfach warten. Gut. Sehr schön. Drei. Ich sehe drei Feinde. Drei Feinde. Ich werde ruhig gehen. Schnell. Gehen. Still undetected. Hm. Schauen wir uns. Ich habe auf jeden Fall ein paar mehr Schalldämpfer jetzt gebaut. Also Fox hat Schalldämpfer drauf. Fox hat Schalldämpfer drauf. Katalina, nee, Kalina hat ja auch Schalldämpfer drauf. Meine Babusha hat mir gesagt, dass ich mich nicht so schalldämpfer drauf habe. Morgen, du Scheiße, du hast meinen Schalldämpfer drauf. Ein Bait wird dir gut. Ich kann dich aus hier riechen. Jetzt stoppe den Schalldämpfer. Und gib mir eine Hand. Ich kann nicht, ich bin mit dem Wasser. Manchmal ist es viel Spaß, wenn du versuchen, zu kalt sein. Was? 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 Ja. Dannalous. Ich versuche, dass es schwer zu sehen wird. Ich werde nicht ein Geräusch machen. Better zu gehen unnoticed, ja? Better zu gehen unnoticed, ja? Going. Still undetected. Not even Elk will see Omrin. I will try to become hard to see. Ja, wir gehen hier voll offensiv rein jetzt. Keep silent to make good kill. Moving quietly. Yes? Quiet. In my sight. So. So. I completely brought the wrong outfit. They will never see me, which is kind of a shame frankly. Aber eigentlich müsste sie ja die, die, die Punkte behalten. Der wäre schon fast besser, den abzuballern. But with live ammo. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. I think I can do this one from behind. Oh Gott. Oh, damn. Sorry. I'm using a new hand lotion. I'll do my best. Das ist das Gute, ne? Sie hat die Punkte. Das ist ein echt guter Obener. So, na dann. They cannot hit what they cannot see. Ja, du hast noch ein bisschen. Du kannst noch ein bisschen ran. Du kannst noch ein bisschen ran. Wuseln erstmal. Nein. Sehr schön. Der erste schon mal down. Diese Überwachung ist echt genial. Das war ja. Besser als angreifen. Besser als angreifen. How can I assist? Ready. A good surprise shot from here. A good surprise shot from here. Der Verletzter wird nicht sehen, dass er das kommt. Ich werde keinen Geräusch machen. Die Schäden sind tot. Die Hand ist fertig. Zeit, die Schäden und die Beine zu entfernen. Hallo? Machbar ist. Bei anderen auch. Das ist viel wert. Jetzt haben wir die Festung geschwächt. Ein Ablenkungsmanöver in den Sektoren Savanne. E6, E7, E8. E6, E7, E8. Oder F8. Hier. Okay. E6, E8, E9, E9, E19, E9, E5, E2, E9, E9. E7, E9, E9. E9, E9. Untertitelung des ZDF, 2020